Läuft jetzt aber wirklich noch. Alles gut? Take three. Alter, was ist hier los heute? Also in dieser 131 ist der Wurm drin. Ist das jetzt der finale, ist das jetzt die Aufnahme, die auch live geht am Ende? Wir werden es erst am Ende wissen. Wir müssen vielleicht nochmal aufklären, was hier heute alles passiert ist. Es ist schon Abend, Nachmittag. Es ist dunkel. Es ist dunkel draußen. Wann haben wir denn das erste Mal gesprochen und aufgenommen? Es war morgen. 9.30 Uhr oder so. Jetzt haben wir fast 16.30 Uhr. Aber wir haben nicht die ganze Zeit versucht, diese Podcast-Folge aufzudem sitzen. Das ist das erste Mal jetzt passiert. In der 131. ist die perfekte Serie, würde ich sagen, gerissen. Passiert, dass wir diese Podcast-Folge nochmal aufnehmen. Durch einen technischen Fehler. Das ist für euch jetzt unspektakulär, weil ihr hört jetzt nur das finale Ding. Hoffentlich ist es jetzt das. Ich weiß es nicht. Und ich wollte eigentlich sagen, wir haben echt viele coole Gäste und ich höre die jetzt alle zum ersten Mal. Und mit euch gemeinsam. Aber ich habe sie schon mal gehört. Und ich weiß, dass das eine gute Folge wird. Das ist ein bisschen wie Zurück in der Zukunft. Jetzt fühlt sich das ein bisschen an. Ich war, oder Déjà-vu oder was auch immer. Aber Leute, ich habe das schon mal erlebt, was jetzt hier alles passiert heute. Und ich glaube, es wird eine geile Folge, weil ich meine, wir haben es jetzt schon einmal komplett und einmal angefangen aufgenommen. Und wir wissen, worauf wir hinaus wollen. Und vielleicht machen wir das Ganze auch ein bisschen kompakter und besser und auf den Punkt und starten direkt. Bevor ihr das Internet wieder abbricht oder so. Ja, ja, ja. Also, anschnallen. Die Folge ist geil. Wir haben sechs Gäste. Wir fangen mit Christian Otto-Kelm an von MLS. Und der gibt jetzt richtige Gast. Das weiß ich. Ich habe nämlich schon mal gehört. Festschnallen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vitamin A Podcast von Ed Ferenc. Und es geht direkt los. Ich stelle mich kurz vor. Christian Kellen von MLS. Aber mein Name tut nichts zur Sache. Wichtig ist, was ich mache. Weg mit dem Intro. Heute geht es um PPC und was sind so die wichtigsten Themen. Größter Hebel. Fangen wir direkt damit an. Meiner Meinung nach alle Werbeformate schalten. Und damit meine ich halt nicht einfach nur Sponsored Products, Sponsored Brand und Sponsored Display. Sondern auch die vielen kleinen Unterformen davon. Da sind ganz, ganz viele Gold Nuggets versteckt. Wir müssen uns mal vorstellen, laut unseren Daten aktuell, Sponsored Products knapp 86,6%. Sponsored Display 8,7%. Da bleiben nur noch 4,7% für Sponsored Brands übrig. Fatal meiner Meinung nach. Fatal. Da muss man rein. Da muss viel mehr Breite ins Geschäft. Alle, die das nutzen, haben natürlich Vorteile, weil sie dort in einem ganz anderen Werbekosmos arbeiten. Mit viel weniger Wettbewerb. Das ist nun mal so. Danach, nach dem größten Hebel, kommen immer die größten Probleme. Jetzt müssen wir Kosten senken. Weil man bläht das ganze System manchmal viel zu groß auf. Meiner Meinung nach geht es nicht um Kosten senken, sondern um Kosten richtig betrachten. Also nehmt die Werbekosten als gesamtheitliches Konstrukt in euren Gesamtkanal Amazon rein. Und nicht mehr nur auf den einen reinen PPC-Kostenkanal. Meiner Meinung nach, auch daraus resultiert einer der größten Fehler, weil dann wird sich gerne an ARKOS oder ROAS festgesetzt. An einer einzelnen Zahl. Und wenn wir mal einfach drüber nachdenken, ist ja immer Kosten-Umsatz-Verhältnis. Wir haben 20 Euro Kosten, 100 Euro zugewiesener Umsatz. Das sind 20% ARKOS, 5% ROAS. Wir haben 200 Euro Kosten, wir haben 1000 Euro Umsatz. Wir haben immer noch 20 bzw. 5. Was ist dir dann also wichtiger und wie willst du dann mit solchen einfachen Zahlen dein Werbemanagement überhaupt aufbauen? Das ist super, super schwer, weil das halt nur eine Prozentzahl ist und nur das Verhältnis widerspiegelt der Kernzahlen. Kosten, Umsatz, aber nicht die Intensität. Dabei hilft es oft in den CPO überzugehen. Kost per Order, gerne einfach Kosten pro Bestellung nehmen. Auch Kosten pro Einheiten, wer mag, wer in tiefere Berichtsebenen reingeht. Warum? Warum? Naja, es ist einfach schön, wenn da steht 8 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 7 Euro, 3,54 Euro. Weil Preis und Schmerzzentrum sind miteinander verbunden und ihr werdet realistischer mit eurer Werbung umgehen, anstatt mit so einem Wert 18,7%. Das geht schon. Wenn da steht 7,45 Euro, dann brennt der Baum. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann, meine Geheimtipps, absolut, Sponsored Brands schalten. Gerade wenn ihr auf neue Keywords geht, Sponsored Brands sind losgelöst von der eigentlichen Relevanz des Produktes zum Keyword, weil dort wird ja immer auf eine Seite weitergeleitet, Shop, Landingpage, etc. Und das heißt, eure Werbung wird so oder so sehr gut ausgespielt, bevor ihr die Normenrelevanz habt. Mega Highlight. Dann, Videos. Wir haben mittlerweile bis zu drei Videoslots auf einer Serb. Ganz oben nur, wenn du Anzeigengruppen schon freigeschaltet hast. Aber um drei Slots auf einer Serb zu schalten, Desktop oder in den unendlichen Serbs bei Mobile, musst du viele Kopien schalten. Heißt, kopiert eure Video-Ads, selbes Gebot, selbe Keywords und genießt die Show. Ja, das ist super, super wichtig. Und passt bitte auf, Werbung, gerade wenn sie auch mal nicht läuft. Manchmal darf sie auch einfach nicht laufen, weil man investiert 3.000, 4.000 Euro in einem Monat vor einer Saison, weil Werbung ändert so viel. Kunden haben gesehen, Kunden haben gekauft, nachdem Kunden kauften, haben sie sich das angesehen. Es gibt sehr, sehr viele Plätze, auch die Vergleichstabellen und anderes, die kann man antriggern, indem man Werbung schaltet und Klick- und Kundenjourneys erzeugt. Und mit diesem Verhalten rutscht ihr in diese Bereiche rein, die nicht durch Direktwerbung angetriggert werden können, aber wo ihr nur über Kundenverhalten reinrutscht. Und die kaufe ich mir doch liebend gerne ein. Das wäre ja fatal, das nicht zu machen. Ja, und mein absoluter Geheimtipp. Ich bin ja, wie die meisten von euch, so ein Fan von Eigenschutzkampagnen. Aber hier wird eine immer ganz vergessen, ja, gerade in dem Bereich Ausrichtung auf Kategorien gibt es immer den Wert verfeinern und da gibt es immer den einen Bereich, der da Marke heißt. Und in diesem Bereich Marke könnt ihr, je nach Kategorie, Ober-, Unter- und tiefere Kategorien, eure Marke finden und eure Marke schützen. Ja, das wird leider ganz oft vergessen. Also, das soll es auch schon gewesen sein. Zum Thema Werbung, da ist richtig Musik drin. Stellt euch breiter auf in den Werbeformen, überlegt, was man kopieren kann und versucht wirklich eure Kennzahlen globaler zu bewerten. Das ist die eine Sache. Aber auch sie anders zu bewerten. Ja, ich bin auch gerne ein Fan von Impressions. Impressions heißen gewonnene Auktion und das kann auch mal ein richtig schönes Ziel sein, immer mehr Auktionen zu gewinnen. Denn gehört die Auktion dir und die Impression hat der Wettbewerber keine Chance gegen dich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und er hat Adference auch fast richtig ausgesprochen. Also, er hat nicht Adference gesagt, das ist schon mal gut. Gut, er hat Adference, nee, Adference gesagt. Das ist nicht ganz richtig, aber weniger falsch als Adference. Es heißt Adference, Betonung auf A-D, also Ad. Aber gut, das kriegen wir noch hin, Christian, das wird schon. Aber danke für deinen Beitrag. Der war richtig gut und da war richtig was drin. Was ich mitnehmen möchte, war, auf jeden Fall alle Werbeformate nutzen. Das wird gerne unterschätzt und die Tatsache, ich habe von 86% erzählt, für Sponsor-Products, knapp 9% für Sponsor-Display, knapp 5% für Sponsor-Brands. Das können wir uns unterschreiben. Das ist Pi mal Daumen auf das, was wir sehen und zeigt einfach nochmal, wie viel Potenzial auf den anderen einfach ist. Da ist nicht so viel Wettbewerb, da ist noch nicht jeder auf der Party, deswegen gibt es da noch ein bisschen mehr. Liegt da noch ein bisschen mehr auf der Straße? Was ich auch gut fand und unbedingt umsetzen möchte oder mit an die Hand geben möchte, das Thema Eigenmarkenschutz-Kampagnen. Es gibt keinen Grund, die nicht zu machen, weil einfacher als eine Produkt, ausgerichtete Sponsor-Products, Sponsor-Display, Sponsor-Brands, nach Kategorie, verfeinert und dann eure Marke, gibt es nicht. Die ist immer up to date, niedrige Bits und dann habt ihr es zumindest schon mal. Unbedingt machen, finde ich einen guten Tipp. Was nimmst du mit? Was ich super spannend fand und was ja auch mega Hands-on ist, ist eine Kopie von der Sponsor-Brands-Video-Kampagne zu erstellen, um dann die Möglichkeit zu haben, eben dreimal auf der SORP aufzutauchen. Das ist ein super geiler Tipp und ich liebe solche Tipps aus der Praxis. Vielen Dank dafür und eben auch nicht nur zu gucken, okay, ich schalte Werbung, um ausgespielt zu werden und um Sales über Werbung zu erhalten, sondern alles, was da mit dran hängt, nämlich das führt auch zu mehr Traffic und das führt eben auch dazu, dass ich unter Kunden kaufen auch auftauchen kann. Also habe ich einen viel, viel größeren Impact als den, den ich unter Werbesales sehe. Finde ich gut, finde ich gut. Habe ich noch irgendwas anderes? Nee, das fand ich, ja, das finde ich gut. Achso, ja, genau. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal, also das Duplizieren von Kampagnen oder Anzeigengruppen, um Mehrfachausspielungen zu generieren. Dann muss man wissen, dass tatsächlich grundsätzlich immer nur eine Anzeigengruppe pro Auktion zum Zug kommt. Wenn Du eine Mehrfachausspielung haben willst, dann erreichst Du das, also das heißt, für einen Suchbegriff mit mehreren Produkten beispielsweise gelistet werden möchtest oder verschiedene Anzeigen machen möchtest, dann reicht es nicht, dass Du die alle in einer Anzeigengruppe hast. Dann brauchst Du verschiedene Anzeigengruppen, die dann zum Zug kommen. Jede Anzeigengruppe kann einmal gewinnen und deswegen der Tipp von Christian, super gut, dupliziere Deine Kampagnen und dann kannst Du so einfach Deine Mehrfachausspielungen generieren. Ja, das ist ein guter Tipp. So, und jetzt geht es weiter mit Tobi von Adference. Tobi ist nicht nur Business Consultant, sondern auch jahrelanger erfolgreicher Seller und er hat sehr gute Tipps dabei. Nein, das kann ich schon sagen. Die nicht so gute Tonqualität bitte ich zu entschuldigen, aber trotzdem inhaltlich geil. Viel Spaß. Moin, moin, liebe Vitamin A-Hörerinnen und Hörer. Hier ist Tobi aus dem Team von Adference. Heute geht es in dieser Folge um die am meisten unterschätzten Hebel im Amazon Advertisement und dazu habe ich mir für Euch auch mal ein paar Gedanken gemacht und möchte das Pferd an der Stelle mal von hinten aufzäumen mit Euch. Letzten Endes wissen wir alle, da haben wir auch in diesem Podcast schon sehr oft drüber gesprochen, was sind die Basics. Wir brauchen ein gutes Listing, ja, nicht umsonst der gute Leitspruch. Wir wollen zuerst unsere Conversion Rate optimieren und erst dann unsere Ads skalieren. Ja, das reimt sich, ist leicht zu merken und sollte auch mittlerweile für jeden klar sein. Heißt also, wenn wir jetzt über erfolgreiches Advertisement sprechen, gibt es ja im Wesentlichen zwei Punkte. Das eine Targeting, also das heißt, bewerbe ich alle für mich relevanten Targets, also Suchbegriffe, Asens oder auch Zielgruppen und das zweite Bidding. Also das heißt, passe ich meine Gebote dann auch für jedes einzelne Target in regelmäßigen Abständen an, an meine strategischen Werbeziele. Strategische Werbeziele gibt es eigentlich auch nur drei, recht simpel. Das heißt, wir haben einmal Sichtbarkeit, wenn wir neue Produkte launchen, wir gehen in die Launchphase, sammeln Daten, wollen die Conversion Rate messen auf den verschiedenen Targets und das Produkt einfach der Zielgruppe erstmal zum Kauf anbieten. Die zweite Strategie ist die, die am meisten verbreitet ist und auf die wir uns auch heute konzentrieren wollen, nämlich die Break-Even-Strategie. Das heißt, in der Regel nach der Launchphase steuern die meisten Werbetreibenden dann ihre Ads nach dem Break-Even-Arkost. Das heißt also, habe ich einen Deckungsbeitrag von 30 Prozent, steuere ich meine Werbung auch auf ein Arkost-Ziel von 30 Prozent. Und die dritte Strategie, wenn du jetzt eine große Marke bist oder du hast ein Produkt, was halt den Markt echt schon gut durchdrungen hat, was Bestseller ist und einfach sehr, sehr gut gerankt ist, dann kannst du es dir halt zumindest zeitweise auch erlauben, dein Advertisement nach Profitabilität zu steuern und mit jeder verkauften Einheit auch im Advertisement Geld zu verdienen. Aber wenn wir nochmal an die Break-Even-Strategie denken, dann müssen wir halt feststellen, okay, die ist massiv abhängig von meinem Deckungsbeitrag. Je höher der Deckungsbeitrag, desto mehr kann ich in Advertisement investieren, desto mehr Kunden kann ich über Advertisement erreichen und mittelfristig natürlich dann auch mehr Sales machen, mein organisches Ranking verbessern und, und, und. Und deswegen möchte ich das Pferd an der Stelle mal mit euch von hinten aufzäumen und uns die Frage stellen, ja, was können wir denn tun, um den Deckungsbeitrag des Produkts auch zu steigern? Meiner Meinung nach ist das einer für mich persönlich der meisten unterschätzten Hebel auch, was Amazon Advertisement angeht, weil es gibt ja heute Tools, mit denen ich Targeting und Bidding optimieren kann. Aber ich muss dem Tool ja trotzdem halt auch ein Optimierungsziel vorgeben und da sind wir halt dann wieder bei den strategischen Werbezielen und wenn ich ein möglichst hohes A-Cost-Ziel verfolgen möchte, brauche ich halt auch einen möglichst hohen Deckungsbeitrag. Und das ist ja letztlich, was wir auch alle wollen, dass wir möglichst viele Kunden auch erreichen können. Und ja, um diese Frage zu beantworten, gibt es natürlich sehr viele Hebel, an denen man auch drehen kann, um den Deckungsbeitrag zu verbessern. Ich habe jetzt heute hier einfach mal zwei mitgebracht, die man häufig auch sehr schnell umsetzen kann, vielleicht sogar jetzt schon fürs Weihnachtsgeschäft noch die ein oder andere Verbesserung mitzubringen. Und zwar erstens Verpackungsoptimierung. Also, wenn wir uns die Fulfillment-Tabelle von Amazon nehmen, dann sehen wir ja, okay, es geht um die Abmessung und das Gewicht des Produkts. Und dann müssen wir uns mal die Frage stellen, wann haben wir eigentlich zuletzt geprüft, ob wir eine optimierte Verpackung haben, die sich nämlich genau an diesen Abmessungen orientiert, wo ich einfach auch pro Einheit nicht unerheblich Geld sparen kann, was das Fulfillment angeht oder sogar auch, was das Lagern angeht der Produkte. Also, Punkt 1 Verpackungsoptimierung und Punkt 2 Lieferumfang. Auch das ist super spannend. Manchmal ist es einfach auch so, dass gar nicht alle Bestandteile des Lieferumfangs für unsere Kunden wirklich sehr wichtig sind. Und insofern auch das einfach mal kritisch prüfen. Apple zum Beispiel hat das auch gemacht. Wir erinnern uns alle, das ist schon eine Weile her, aber Apple hat damals den Adapter für die Steckdose aus dem Lieferumfang vom iPhone auch rausgenommen. Und jetzt aktuell können wir auch ein Beispiel finden, in der Lebensmittelbranche muss man nicht weit schauen. Ich greife mal ein Beispiel raus, bei den Haribo Gummibärchen ist heute auch nicht mehr so viel in der Tüte, wie es halt vor einem halben Jahr noch der Fall war. Das heißt also, auch da gibt es Möglichkeiten, den Lieferumfang zu reduzieren und trotzdem halt gleichzeitig den Denkungsbeitrag zu erhöhen. Also, das sind die beiden Tipps, die auf jeden Fall mal prüfen. Verpackungsoptimieren und Lieferumfang. Und ich hoffe, ich konnte dir damit nochmal zwei hilfreiche Tipps für auch vielleicht das Weihnachtsgeschäft mit an die Hand geben. Und nochmal ein bisschen anderen Blick auch auf das Advertisement geben, weil das einfach ein ganz, ganz großer Hebel ist, auch um dein Advertisement auch zu hebeln. Also, ansonsten erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt viel Rückenwind und ein starkes Kofier. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank, Tobi, für diesen coolen Beitrag. Hat mir richtig gut gefallen. Vor allem der Spruch, erst Conversion Rate optimieren, dann Ad skalieren. Den kann man sich gut merken, den vergisst man nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir den hier nochmal irgendwie bei uns mit einbinden. Sei es auf unserer Webseite oder am liebsten auf irgendwelchen so kleinen, süßen Aufklebern, die wir dann auf Messen, Konferenzen und so weiter verteilen. Und Hashtag Advertisement. Hey, stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp, das war meine Idee in der nicht veröffentlichten Podcast-Folge. Das wird er so machen. Ich glaube, wir haben die zusammen entwickelt, aber ich glaube, wir sind immer noch stolz darauf. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir das nochmal nennen. Und hier einen lieben Gruß an unsere Marketingabteilung. Das ist unser Wunsch zu Weihnachten, solche Aufkleber zu haben. Genau, dann spricht Tobi über Targeting und Bidding optimieren. Da sind wir zwei PPC-Nerds auf jeden Fall auch mit ganzem Herzen mit dabei. Aber mega cool, dass Tobi hier nochmal eine weitere Sellerperspektive mit reinbringt, nämlich sich nicht nur um Werbung zu kümmern, sondern auch um das Produkt beziehungsweise die Lieferung an sich. Und zum einen zu sagen, okay, wir können hier vielleicht die Verpackungsgrößen optimieren. Wir können vielleicht den Lieferumfang reduzieren. Ja, super coole Stellschrauben, über die ich in meiner Werbe-Bubble halt auch nie nachdenke. Nee, tatsächlich. Wir setzen ja meistens dann an, okay, wenn, sagen wir, welcher A-Kurs und los geht's. Und er setzt noch ein bisschen davor an, was ich sehr gut finde, nämlich den Deckungsbeitrag. Wie kannst du den optimieren? Weil wenn der besser ist, kannst du mehr in Werbung investieren und am Ende da tiefer in die Taschen greifen, was ich super finde. Oder, und ja, das Thema Lieferumfang reduzieren, Hashtag Shrinkflation. Machen ja viele andere Konsumgüterhersteller auch schon, die einfach in so eine 100-Gramm-Packung nur noch 90 Gramm reinpacken, natürlich noch 90 Gramm raufschreiben. Aber auf den ersten Blick siehst du es nicht oder du hast eine Scheibe weniger Käse drin in deiner Käsepackung. Das kannst du auch als Amazon-Seller machen. Schau doch mal, ob du das irgendwie reduzieren kannst und, ja, so eine indirekte Preiserhöhung machst. Ja, finde ich super. Geiler Tipp und vor allem kein Mainstream, aber genauso geil wertvoll. Ja, von daher ein unterschätzter Hebel im Amazon-Game. Danke dafür, Tobi. Nice. Sehr schön. Dann geht es jetzt weiter mit Joscha von Fink3. Joscha ist Performance-Marketing-Manager bei Fink3 und er hat einen kurzen, knackigen Tipp dabei, der nicht zu unterschätzen ist. So viel kann ich schon sagen, ne? Viel Spaß. Hallo, ich bin Joscha, Performance-Marketing-Manager bei Fink3 und der für mich meist unterschätzte Hebel ist bei der Optimierung nicht nur den A-Kost heranzuziehen. Und dazu würde ich dir gerne eine unterschätzte Methode an die Hand geben, mit der du deine Kosten besser priorisieren und dadurch auch deine Sales direkt verbessern kannst. Was brauchst du dafür? Den Search-Term-Impression-Share-Report. Diesen kannst du im Interface für Sponsored Products und Sponsored Brands herunterladen und enthält neben den Standard-Search-Term-Daten auch den Anteil der von deinem Account generierten Impressionen an den gesamten Sponsored Ads-Impressionen. Das bedeutet, je höher der Impression-Share, desto höher ist deine Share-Force deines Accounts auf dem Search-Term. Je niedriger deine Share-Force ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Impressionen auch zu mehr Sales führen, gerade wenn du bereits mit einem niedrigen Share konvertierst. Und auf der anderen Seite kannst du auch abschätzen, bei welchen Search-Terms du deine Kosten reduzieren kannst, ohne Umsatz einzubüßen, weil der Grenznutzen schon erreicht ist. Habe ich zum Beispiel einen Impression-Share von 90 Prozent, dann ist es unwahrscheinlicher, dass mehr eingesetztes Budget den Umsatz erhöht, als wenn ich einen Impression-Share von 10 Prozent habe. Jetzt kann es aber sein, dass ich bei diesen 10 Prozent Share-Force bereits meinen maximalen Ziel-Echos ausgereizt habe und würde normalerweise die Gebote nicht mehr erhöhen. Wenn ich aber weiß, dass ich bei 10 Prozent Share-Force bin, dann kann es sich trotzdem lohnen, testweise die Gebote zu erhöhen, um die Extra-Sales mitzunehmen. Und wenn diese Extra-Sales dann auch noch inkrementell sind, also ohne Advertising nicht entstanden wären, dann kann sich trotz höherem A-Cost mein Total-A-Cost verringern. Was musst du beachten? Schau dir pro Anzeigen-Format nur die Search-Terms an, auf denen du täglich Klicks generierst und auf denen du auch regelmäßig kompaktierst. Und behalte im Hinterkopf, dass die Daten nicht auf Kampagnen, sondern auf Account-Ebene reportet werden und auch alle Platzierungen mit eingeschlossen sind. Und bist du jetzt an einem Punkt, an dem dein Grund-Setup steht und du noch die letzten Prozent aus deinen Kampagnen herausholen möchtest, dann kann der Search-Terms-Repression-Share-Report ein sehr mächtiges Tool sein. Ich hoffe, du kannst daraus etwas für dein persönliches Setup herausziehen und wünsch dir ein erfolgreiches Q4. Joscha, vielen Dank für den coolen Beitrag, der sehr geil ist, weil er tatsächlich so ein bisschen die Lücke schließt, die wir immer so ein bisschen, von der wir gesprochen haben. Hey, du musst eigentlich den optimalen A-Cost für dich finden. Wir sprechen auch meistens von dem Sweet-A-Cost, mit dem du deinen Profit maximieren kannst. Du musst damit ein bisschen rumspielen, bist du auf 10 Prozent, vielleicht läufst du besser als mit 15 Prozent oder mit 15 Prozent sogar überproportional mehr Traffic einkaufst und am Ende dein Profit doch höher ist, dein Gesamt-Profit. Und da hat er mit dem Share-of-Voice bzw. dann mit dem Search-Terms-Impression-Share-Report uns jetzt was an die Hand gegeben, mit dem wir nicht mehr ganz so blind loslaufen müssen, sondern sagen können, okay gut, wenn ich bei einem bestimmten Search-Term erst bei 10 Prozent Share-of-Voice bin, dann kann ich vielleicht auch mal ein bisschen aggressiver den A-Cost erhöhen. Natürlich nicht über den, oder vielleicht auch über den Break-Even-A-Cost hinaus, weil ich overall, auch organisch, so viel mehr überproportional mehr Sales dann generieren kann, dass ich das trotzdem lohnen kann. Andersherum, wenn ich schon bei 90 Prozent Share-of-Voice bin, dann ist eine weitere Erhöhung und eine weitere Skalierung vermutlich nicht so zielführend. Und das ist ein sehr cooler Input gewesen. Total. Wir reden ja auch viel über A-Cost und Total-A-Cost, aber jetzt bringt Joscha hier eine weitere Perspektive, einen weiteren Datenpunkt mit rein, nämlich den Search-Term-Impression-Share-Report. Und mit dem kann ich natürlich nochmal gucken, wo kann ich vielleicht Kosten einsparen, aber wo kann ich vielleicht auch mehr investieren, um eben auch mehr Umsätze rauszuholen. Ja, super coole Perspektive, super coole Sales-Mittel. Yes, I like. Genauso wie den nächsten Beitrag von Markus. Markus ist Gründer und Geschäftsführer von Ranked, einer Amazon-Agentur. Und ich möchte euch auch anschnallen lassen. Das wird gut. Die nächsten fünf Minuten haben es in sich. Und es ist ein neuer Impuls. Bisher hatten wir immer wieder neue, andere Impulse, andere, unterschiedliche Hebel und den hat Markus für uns auch dabei. Viel Spaß. Dann auch von meiner Seite nochmal willkommen und danke Mareike, danke Florian für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich, dass ich hier mal wieder am Start sein darf. Vielleicht kurz zu mir, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Wer bin ich überhaupt und wieso darf ich was über PPC erzählen? Mein Name ist Markus Wild. Ich bin Gründer der Ranked GmbH und bei Ranked haben wir uns darauf spezialisiert, bewährte Ansätze mit neuen, kreativen Strategien zu kombinieren, um so das bestmögliche Advertising-Ergebnis zu erzielen. Vor, ich glaube, ziemlich genau einer Woche her, ist Florian auf euch zugekommen mit einer sehr, sehr spannenden Frage. Nämlich, was meiner Meinung nach der meist unterschätzte Hebel im Amazon-Advertising ist. Und ich habe mich dann wirklich mal hingesetzt und verschiedene Dinge runtergeschrieben. Und ich bin im Kern immer wieder auf eine Sache gestoßen. Und ganz simpel gesagt ist es für mich die Fähigkeit, neugierig zu sein. Was meine ich genau damit? Um das ein bisschen greifbarer zu machen, tauchen wir da jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen ein. Und ich werde dir im Anschluss noch konkrete Handlungsschritte mit an die Hand geben, damit du dieses Wissen dann auch direkt in die Anwendung bringen kannst. Dazu starten wir ganz vorne, denn im ersten Schritt sollten SellerInnen immer versuchen, die Basics aus Kampagnenstruktur, Targeting und Gebotsoptimierung zu verstehen. Denn im Grunde ist es so, die Kombination aus Performance und Research Kampagnen, als auch die Unterteilung in Keyword, Produkt und Markenschutz Kampagnen, stellt auch heute noch so die Basis für eine gute PPC Performance dar. Möchtest du jetzt allerdings aus einer guten, eine sehr, sehr gute PPC Performance machen, dann musst du die Wirkung pro Handlung, also die Performance Qualität erhöhen. Und an dem Punkt möchte ich gerne den Begriff Neugierde wieder so ein bisschen aufgreifen. Denn was viele SellerInnen immer noch versuchen, ist einfach mehr von dem zu tun, was sie immer schon getan haben. Ja, mehr von den Basics zu tun, frei dem Motto, höher, weiter, schneller. Was passiert? Wenn du einfach das tust, was der breite Markt tut, wirst du in der Regel auch das zahlen, was der breite Markt zahlt. Der deutlich smartere Ansatz ist es, klarer, tiefer und fokussierter in die Themen einzutauchen. Natürlich ist es wichtig, bewährte Ansätze anzuwenden, aber man sollte das Ganze eher als so eine Art Fundament verstehen, worauf man dann immer wieder neue, eigene Kampagnen draufsetzt, testet und in die Anwendung bringt. Denn Amazon bietet uns mittlerweile nahezu unzählige Möglichkeiten, neue Werbestrategien zu testen und es kommen auch ständig neue hinzu. Und wenn ich dir eine Sache hier mitgeben will, dann ist es vor allem dieses Thema, bleib neugierig und teste so viel du kannst. Das ist wirklich im Kern ganz, ganz wichtig, denn im Prinzip ist es so, dass jedes Produkt ein eigenes, ideales Kampagnen-Setup besitzt. Man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen, wie wenn man einen Anzug kaufen geht. Wir gehen jetzt davon aus, dass unser Anzug die Basics sind und das sieht ganz gut aus und sie erfüllen auch ihren Zweck. Bleibt man jetzt allerdings neugierig und testet ganz, ganz viele Dinge aus, neue Kampagnen-Typen, verschiedene Strategien und macht einfach mehr von dem, was gut funktioniert und weniger von dem, was nicht so gut funktioniert hat, wird Stück für Stück aus diesem Standard-Anzug ein maßgeschneideter Anzug. Und so nenne ich das auch immer, du wirst mit der Zeit wirklich den perfekten Kampagnen-Fit für dein Angebot in deiner Nische herausfinden. Aus der Vogelperspektive, um hier mal ein bisschen in die Anwendung zu kommen, habe ich dir mal unseren Kampagnen-Feedback-Loop dafür mitgebracht, wie wir das Ganze angehen. Denn im Prinzip ist das recht simpel. Wir haben das Fundament, die Basics und testen dann immer verschiedene Strategien, Kampagnen aus. Im ersten Schritt setzen wir also eine neue Kampagne aus, sind dann in der Datensammelfase, denn eine gute Datengrundlage ist ganz, ganz wichtig, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Anschließend schauen wir uns die Ergebnisse an und implementieren die Ergebnisse in unser Kampagnen-Setup. Das heißt, wir gucken uns an, was hat gut funktioniert, davon machen wir mehr. Was hat nicht so gut funktioniert, davon machen wir weniger. Und dann startet der Loop wieder von vorne, eine neue Kampagnen-Typ oder den bestehenden Kampagnen-Typ optimieren, Daten sammeln, Ergebnisse auswerten, Ergebnisse implementieren, anschließend wieder testen. Und damit kommt man schon sehr, sehr weit. Und ein klassisches Beispiel, um was aus der Praxis zu nennen, meiner Meinung nach sind hier die Kampagnen-Typen Sponsored Brand Video und auch Sponsored Brand Display sehr, sehr unterschätzt. Sponsored Product machen sehr, sehr viele, Sponsored Display kaum noch welche. Und deswegen, ja, geh dahin, wo nicht so viele sind, versuch hier die Dinge für dein Produkt zu testen und dann auch in die Anwendung zu kommen. Zum Schluss möchte ich noch einen Hebel dir mit an die Hand geben, der mir ganz, ganz wichtig ist, denn ich tausche mich wirklich mit vielen Sellerinnern immer wieder über das Thema PPC aus. Was ich dann ganz, ganz oft zu hören bekomme ist, ja, Markus, ich kenne das schon. Und dann frage ich immer, kennst du es oder kannst du es? Denn um vom Kennen ins Können zu kommen, musst du einfach die Dinge anwenden. Es hilft nicht, wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst und dann das Wissen aufgebaut hast, sondern du musst wirklich in die Umsetzung kommen, neugierig sein und Dinge immer wieder testen. Und zum Schluss möchte ich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen für dich. Ja, verstehe und lerne die Basics, teste selber neue Dinge, sei neugierig und kreativ und komm immer wieder vom Kennen ins Können. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen. Ja, das war der Beitrag von Markus. Vielen Dank auch an Markus dafür. Und ich habe es heute Morgen schon gesagt und ich sage es jetzt auch gerne nochmal. Wir hatten heute einen Workshop mit allen Führungskräften und es ging um die Werte, die wir bei Adference haben und leben. Und in Vorbereitung auf den Workshop durften wir einmal aufschreiben, was für uns die wichtigsten Werte sind. Und einer der Werte, der für mich unter den Top 3 steht, ist Begeisterung. Und deswegen kann ich so gut mitfühlen mit dem, was Markus hier gerade erzählt hat. Begeisterung ist für mich nämlich auch Neugierde, neugierig zu sein. Und nur wenn ich neugierig bin, erfahre ich auch Neues. Und ja, Basics müssen da sein, definitiv, 100 Prozent. Aber dann gucke ich mich eben um und dann versuche ich, Neues auszuprobieren, zu testen, zu testen und zu testen. Und den nächsten Spruch, lieber können als kennen oder nach kennen kommt können oder so, ist der nächste Spruch für unsere Aufkleber von Slickr. Der macht unsere Marketingabteilung nochmal was Gescheites draus. Dann gucken, haben wir einen zweiten Sticker schon oder Button oder was auch immer wieder machen. Wir haben mal in einer früheren Folge, ich weiß nicht mehr genau welches, war über Routinen gesprochen und wie wichtig das ist, die zu haben. Oder um Sachen, die einem wichtig sind, die wichtig sind, nicht aus dem Auge zu verlieren. Und genau das hat Markus eigentlich unterstrichen mit seiner Neugier, oder seiner Forderung nach Neugier, auch im Amazon Ads Game. Und so, dass du das Testen, das Ausprobieren institutionalisierst und wiederholst und diesen Loop drin hast. Er hat vom Kampagnenloop gesprochen, das finde ich super wertvoll und wichtig. Und sollten wir, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, mal eine Sache sich angeguckt zu haben, Ja, okay, funktioniert nicht oder interessant, ist was anderes als, ich will das beste Setup testen oder die Neuigkeit oder die Neuerung so gut wie möglich testen und am Ende ein qualitativ wertvolles Urteil bilden zu können. Das ist ein bisschen so das wie bei uns zum Beispiel dieses Jahr mit den ganzen Events. Wir haben richtig Gas gegeben, alle Events mitgenommen, also ganz viele mit einem richtig guten Auftritt und am Ende sauber beurteilen zu können, was hat das für uns als Company gebracht oder nicht, um am Ende einen Strich drunter machen zu können. Hätten wir nur halb, nicht Vollgas gegeben, dann hätten wir immer gefragt, ach, ja gut, wir müssen noch nächstes Jahr was anderes machen, dann könnte es besser oder hätte es nicht so gut funktioniert, was auch immer. Aber am Ende willst du dir nicht vorwerfen, dass du kein gutes Testsetting gehabt hast. Und genau das war das, wofür Markus sich eingesetzt hat. Und der Hinweis auf jedes Produkt hat eigentlich sein optimales Setup und so, das fand ich auch nochmal richtig wertvoll. Yes, oh, schön, schön, schön. So, jetzt vorletzter Beitrag. Johannes von JS Advertising, auch gut. Da ist auch nochmal was Neues drin, das kann ich mir auch schon sagen. Von daher, anschnallen, weiter geht's. Moin, moin, hier ist der Hannes von der JS Advertising GmbH und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der meist unterschätzten Hebel im Amazon Advertising. Wir haben nur fünf Minuten Zeit, also müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich habe zwei Fehler mitgebracht und zwei Hebel selber. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Fehlern an. Diese nicht zu machen, wirkt im Endeffekt ja auch wie ein Hebel. Und genau der erste Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, Produkte zu bewerben, die nicht bereit sind fürs Advertising. Das heißt, wo der Content generell nicht stimmt, wo die Wettbewerbsfähigkeit, aus welchen Gründen auch immer, nicht vorhanden ist. Und das ist natürlich vor allem in größeren Portfolios ein Thema, diese Produkte überhaupt ausfindig zu machen, die nicht fürs Advertising geeignet sind, beziehungsweise die ausfindig zu machen, die dafür geeignet sind. Wer dazu mehr wissen möchte, dem empfehle ich die Tau-Analyse Traffic-Absatz-Umsatz von MLIs beziehungsweise Christian Otto-Kelm. Einfach mal bei YouTube eingeben, Tau-Analyse, und da werdet ihr direkt fündig werden. Der zweite Fehler, der auch immer wieder vorkommt, ist, den Zeitraum für die Optimierung der eigenen Werbekampagnen zu kurz zu wählen und dadurch Fehlentscheidungen zu treffen. Ja, jeder kennt es, der ist schon ein bisschen dabei, es gibt immer bessere und schlechtere Tage und Wochen und es gibt sehr, sehr viele Gründe und Ursachen für diese schwankende Performance. Ein Konkurrent kann Out-of-Stock sein, die Buy-Box verlieren, Preise massiv geändert haben, Angebote geschaltet haben, Änderungen im Advertising seinerseits gemacht haben und so weiter und so weiter. Daher die Empfehlung, je dynamischer der Markt ist und je schnelllebiger alles ist, desto länger würde ich den Optimierungszeitraum wählen. Das ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, die Schwankungen zu normalisieren und eine vernünftige Datengrundlage für seine Entscheidung zu haben. Ja, dann kommen wir jetzt zu den zwei Hebeln, die ich ausgewählt habe. Ich habe die beide quasi vor dem Hintergrund steigender Wettbewerbsintensitäten ausgewählt, das heißt, ihr kennt es, es gibt immer mehr Konkurrenten und immer mehr Advertiser auf Amazon, die CPCs steigen, die CPMs steigen. Das beobachten wir in sehr, sehr vielen Märkten bei unseren Kunden. Während es früher so war, dass man oft einfach durch mehr Advertising viel mehr Umsatz erzielen konnte, den Deckungsbeitrag direkt steigern konnte, quasi weil man direkt mit dem ersten Werbeverkauf profitabel war, ist es mittlerweile eher schwieriger geworden. Genau, der Hebel ist heute mittlerweile oftmals eher darin, den Adspend zu reduzieren und so eben seinen Deckungsbeitrag zu steigern. Und ja, mit dem ersten Verkauf wirklich profitabel zu sein, wird immer schwieriger. Aus dem Grund habe ich euch auch als ersten Hebel einen Profitabilitätshebel mitgebracht. Genau, da geht es darum zu testen, den Werbedruck der Eigenschutzkampagnen mal zu reduzieren für ein paar Wochen und dann auszuwerten, welchen Einfluss das auf unsere Profitabilität insgesamt hat. Ja, mit Werbedruck reduzieren meine ich im Endeffekt die Gebote auf unseren eigenen Keywords und eigene Marken-Essens eben runterzuschrauben. Und das hat ein paar mögliche Auswirkungen. Was passiert als erstes? Ja, die Konkurrenz bekommt eben mehr Ausstrahlung auf unseren Serbs und auf unseren Marken-Keywords auch. Und im besten Fall, das ist wirklich das Schönste, ist, wenn die Konkurrenz nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen merkt, dass die Ausspielung eben auf diesen für sie Fremd-Keywords und Fremd-Essens sehr, sehr teuer ist und direkt dann wieder die Gebote dort zu reduzieren. So, das führt wiederum dazu, dass wir wieder mit unseren niedrigeren Geboten ausgestrahlt werden und wir diesmal quasi die gleichen Plätze haben wie vorher, aber eben viel weniger zahlen. Das Wunschszenario nicht ein und die Konkurrenz bleibt auch weiterhin stark nach ein paar Wochen auf unserem Real Estate sozusagen. Da muss man analysieren, wie in Anführungszeichen schlimm die Auswirkungen wirklich sind. Dafür empfehle ich dann die kategoriespezifischen BSRs von den eigenen Produkten und von den Top 2, 3 Konkurrenzprodukten zu analysieren und das Ganze dann eben den Einsparungen im Advertising gegenüberzustellen. Also in der Advertising-Kansole sieht man bei einer klaren Kampagnenstruktur und Benennung relativ deutlich, wie viel Geld man zumindest im ersten Moment gespart hat. Wir persönlich haben gute Erfahrungen damit gemacht auf jeden Fall und konnten die Profitabilität unserer Kunden regelmäßig damit steigern. Das gesparte Geld, das eingesparte Geld kann man ja auch zusätzlich wieder in generische Keywords zum Beispiel packen und da mehr Gas geben. Je größer die Marke ist und je höher die Adspends, desto mehr Einfluss hat dieser Hebel natürlich auch potenziell. In Anbetracht der voranschreitenden Zeit, ganz schnell den letzten Hebel, nutzt einfach alle Formate bei Amazon oder versucht zumindest alle Formate zu nutzen. Also nicht nur Sponsor-Products, sondern eben Sponsor-Brands, Sponsor-Brands-Video, Sponsor-Display. Wir haben Kunden, da funktioniert Sponsor-Brands wunderbar. Wir haben wiederum andere Kunden, da geht da gar nichts. Das ist quasi tot. Sponsor-Display, das gleiche. Sponsor-Brands-Video funktioniert fast überall relativ gut. Also da ist noch viel Potenzial drin, CPC ist immer noch ziemlich niedrig im Vergleich zu Sponsor-Products. Und ja, was ich auch quasi überall machen würde, ist Sponsor-Display-Retargeting. Das funktioniert wiederum eigentlich auch überall relativ gut. Also versucht alles, testet es, analysiert es und lasst das Gute laufen, stellt das Schlechte ab. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß beim Umsetzen und viele Grüße. Vielen Dank Hannes für diesen coolen Beitrag und ich fühle mich gebauchpinselt so ein bisschen, weil endlich, ich finde es immer gut, wenn jemand anderes das auch nochmal so sagt, was Hannes selber immer predigt und gut findet. Und in dem Fall, Hannes, vielen Dank, dass du das nochmal so unterstrichen hast. Zum einen, Sponsor-Display-Retargeting-Kampagnen. Es gibt keinen Grund, die nicht zu machen. Verdammt. Also, ja. So, wenn ihr die noch nicht habt, macht ihr die jetzt. So. Punkt. Und wenn die nicht funktionieren, dann reduziert halt die Gebote. Alles in eine Kampagne, Gebote runter und dann Stück für Stück erhöhen. Mann. So. Und alle Werbeformate nutzen. Ja, natürlich auch. Das ist wichtig. Und heute geht niemand ins Bett, bevor das nicht erledigt ist. So, das ist doch mal. Endlich mal, ja. So. Schickt uns Screenshots, dass ihr das alles eingerichtet habt. Ne, was ich aber auch tatsächlich gut finde und das haben wir auch schon immer wieder erzählt. Der unterschiedliche oder der geringere Wettbewerb und damit verhältnismäßig gute Performance, niedrigere Klickpreise bei den Nischen. Damit solltet ihr nicht starten, aber wenn ihr Sponsor-Products, euer Setup da fertig habt, dann könnt ihr halt wunderbar in Video-Ads reingehen, wo ihr niedriger, die gut funktionieren, geile Performance hebeln könnt. Macht ihr nicht die Hälfte des Umsatzes, aber nochmal ordentlich zu einem guten ACOS. Was findest du gut? Zum einen die ersten beiden Punkte, die er angesprochen hat, das sind auch Themen, über die wir mit unseren Kunden immer wieder sprechen, nämlich nur Produkte bewerben, die auch wirklich ready sind. Ansonsten ist das verbranntes Geld und blöde Müde irgendwie zu nichts führt und aber auch den Zeitraum zu definieren für meine Analysen, um dann Optimierungsmaßnahmen durchzuführen. Der darf nicht zu lang, aber vor allem nicht zu kurz sein. Das finde ich super. Und dann hat Hannes ja auch über seinen ersten Heck oder über seinen ersten Hebel gesprochen, nämlich den Eigenmarkenschutz runterzufahren. Der ist super, aber ich finde, das kann man halt nur machen, wenn man ein relativ erwachsenes Werbekonto hat und eben auch mutig genug ist zu sagen, okay, ich fahre jetzt meinen Eigenmarkenschutz runter, habe da eben auch Zeit und Geld und eben auch Geduld genug und bin damit okay, dass ich erstmal Impressionen und Ausspielungen verliere. Und dann muss man natürlich auf das Wunschszenario hoffen, dass dann eben die Konkurrenten zwar die Impressionen bekommen, aber dass denen das zu teuer und nicht relevant genug ist und die dann auch mit ihren Geboten runtergehen, sodass mein Eigenmarkenschutz am Ende günstiger wird. Das ist ein super Hebel definitiv, aber ich glaube, da braucht man genügend Mut, um den auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall muss man aber. Also am Ende, wie du eigentlich deine, grundsätzlich deine generischen oder deine Wettbewerbskampagnen eigentlich auch challengen musst. Hey, wie ist deren Einfluss auf mein Overall Sales und was sind so die Grenzkürzen? Nohnt sich das eigentlich da jetzt noch mehr zu investieren oder spare ich überproportional, wenn ich ein bisschen auf die Bremse drücke? Genau das Gleiche auch mit Markenkampagnen machen. Also das gehört da genauso mit dazu. Also Markenkampagnen ja, aber natürlich nicht um jeden Preis. Wenn du einen total kranken Wettbewerber hast, der einfach Vollgas gibt, dann lass ihn, gut, dann soll er das halt bezahlen, aber nicht um jeden Preis. So, und deswegen super guter Hinweis. So, und jetzt haben wir noch Alex. Last but not least, äh, last but not least, so, Alexander Svade von Sveggio und wir wissen alle, dass der ganz gut was drauf hat und ein guter Beitrag wie alle heute und deswegen viel Spaß jetzt mit Alex. Hi Leute, Alexander Svade hier von Trezio. Ich gebe euch heute meine größten Hebel zum Thema Amazon Ads, zum Thema PPC. Einer der größten Hebel, den ich immer noch sehe, ist das Thema Abdeckung über die verschiedenen Kampagnentypen. Amazon hat 2022 einen sehr, sehr starken Fokus auf Sponsor Brands, Sponsor Brand Videos und Sponsor Display gesetzt. Dort gab es die meisten Feature Releases dieses Jahr und es wird auch im nächsten Jahr so weitergehen. Wir haben auf der Unboxed, auf dem Unboxed Event schon gesehen, die nächsten Features, die ausgerollt werden, haben sehr, sehr viel mit diesen Themen auch weiterhin zu tun. Das heißt, macht euch mit den Kampagnentypen vertraut, macht euch mit den neuen Subtypen und den neuen Anzeigenformaten vertraut. Eins der größten Hebel aus meiner Sicht, weil ihr euch darüber differenziert. Sponsor Products funktioniert hervorragend, funktioniert für alle hervorragend und machen alle. Das Thema Video Ads, etc., darüber könnt ihr euch aktuell noch abheben. Wenn wir über Sponsor Display sprechen, eins der größten Hebel, die wir dieses Jahr festgestellt haben, tatsächlich, was die Performance angeht. Kampagnen bauen, wo ihr mehrere Produkte bewerbt und auch mehrere Produkte targetiert. Idealerweise eine ganze Produktkategorie oder ihr sucht euch mehrere Competitors aus, die ihr targetiert. Das heißt, aus meiner Sicht eine Many-to-Many-Advertising-Strategie-Struktur in der Kampagne macht mehr Sinn, als wenn ihr ein Produkt in einer Kampagne bewerbt und beispielsweise nur ein anderes Produkt targetiert. Der zweite große Hebel aus meiner Sicht ist das Thema organische Rankings. Klingt jetzt relativ banal, aber als Advertiser sollten wir uns nicht nur auf das Thema Werbeumsätze konzentrieren und schauen, dass unsere Werbeumsätze steigen und dass unser Arcos irgendwie effizient ist. Das aus meiner Sicht ist nämlich nicht relevant, wie hoch sind meine Werbeumsätze, sondern relevant ist, wie hoch sind meine Gesamtunits, meine Sales-Velocity, meine Gesamtprofitabilität. Und die wird idealerweise von meinem Performance-Marketing und von meinen Ads getrieben. Das heißt, die Sales-Velocity geht dadurch hoch, allerdings nicht zum Selbstzweck. Das heißt, idealerweise schaut ihr, wo kann ich Ads auch zurückfahren. Wenn ich beispielsweise auf meinen Top 5 Keywordern überall organisch auf der 1 bin, muss ich dann auch noch die Anzeige so stark pushen, dass ich mit ihr zusätzlich einen Haufen Spend habe. Also normalerweise funktionieren diese Kampagnen auch sehr, sehr gut, weil ihr seid organisch schon auf der Platzierung, ihr werdet sehr, sehr gute Conversion-Raten auf dem Keyword haben. Die Kampagnen funktionieren gut. Wir haben aber festgestellt, man kann den Spend locker 10, 20 Prozent reduzieren, ohne dabei großartig an Volumen zu verlieren. Das wäre sozusagen der nächste Tipp. Und der dritte, beziehungsweise letzte Tipp in dem Falle sind eure Preise. Denn der größte Hebel auf Amazon ist tatsächlich nicht das PPC, sondern Preis und Preismechaniken. Wir haben dieses Jahr sehr, sehr viel mit Preisen experimentiert. Ich habe das in einem Webinar schon mal erzählt, Thema Preiselastizität spielt da eine Rolle. Das heißt, nicht nur gucken, wie ist euer Bauchgefühl vom Preis, sprich, was möchtet ihr an Marge haben, wie muss sozusagen dann der Preis sein, sondern wie reagiert der Markt auf verschiedene Preise und wie sind auch die Preise im Markt. Und der Preis ist ein viel, viel höherer Hebel als tatsächlich im Marketing. Mit einem aggressiven Preis brauche ich am Ende fast gar kein Marketing mehr machen, weil der sozusagen alles treibt. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Performance-Marketing, sprich Amazon Ads und Preis ist sehr, sehr entscheidend. Und da muss man eine gute Balance finden. Wenn ich einen schlechten Preis habe und ich bin sehr, sehr viel teurer als der Wettbewerb, werde aber nicht als das sehr, sehr viel bessere Produkt verstanden, dann muss ich extrem viel Marketing ausgeben, um trotzdem irgendwie auf meine Sales-Felocity zu kommen. Das heißt, schaut euch eure Preise an, schaut euch an, wie sind die Wettbewerber mit Preis und geht dort in das nächste Level über von eurem Bauchgefühl. Wie sollte der Preis dann hin zu einem mehr datengetriebenen Preis beispielsweise? Das sind meine drei größten Hebel aus jetziger Sicht. Ich wünsche euch damit viel Erfolg in Q4 und auch im nächsten Jahr und alles Gute. Vielen Dank, Alex, für diesen tollen Beitrag und quasi für diesen Abschluss der Beitragsreihe. Es hat sich ein bisschen was wiederholt zu den Beiträgen davor, zeigt aber auch einfach nur, dass das ganz, ganz wichtige Punkte sind, wie zum Beispiel Abdeckung über alle Kampagnentypen hinweg. Schaut euch die Typen an, schaut euch auch die Subtypen an und guckt, wo ihr eben noch Wettbewerbsvorteile habt, wie zum Beispiel bei den Video-Ads. Interessant finde ich auch immer, wenn aus der Praxis erzählt wird, was besonders gut funktioniert. Und genau, Alex erzählt hier, dass für ihn in dem Bereich Sponsor-Display-Kampagnen many to many, also viele Produkte, aber auch eben viele Targets gut funktionieren. Sowas finde ich immer super spannend. Natürlich auf jeden Fall immer die organische Performance, die organischen Rankings mit einbeziehen und er hat sowas von Recht, Preise, so wichtig. Wir haben, glaube ich, einmal in einem Podcast, als es um Conversion-Rate-Optimierung ging, darüber gesprochen. Genau, am Preis kann man viel drehen, viel machen, schauen, wie der Markt auf welchen Preis reagiert. Super spannend. Ja, fand ich auch. Hat dir gefallen? Ist auf jeden Fall ein schöner Abschluss, weil es nochmal so die wichtigsten Sachen unterstreicht, das organische Ranking, eventuell zu schauen, wo kann ich, wo lohnt es sich noch, was zu pushen und wo kann ich vielleicht sogar auch was sparen, weil ich am Ende nicht mehr so viel zusätzlichen Umsatz generieren kann. Ja. Und das Letzte, was er meinte, ja, das Thema Preiselastizität geht in die gleiche Richtung wie das, was Tobi gesagt hat. Ich kann einfach, der allergrößte Hebel ist, wenn ich einfach einen besseren Deckungsbeitrag auf mein Produkt habe und das kriege ich halt hin, indem ich entweder den Preis erhöhe oder weniger Wareneinsatz habe oder vielleicht sogar in seinem Fall kann ich den Deckungsbeitrag reduzieren, kann es günstig machen, das Produkt und dann dadurch mir vielleicht auch einfach Ads sparen. Um damit mal rumzuspielen, finde ich auch super spannend und gibt, glaube ich, auch nochmal einen schönen Impuls für, ja, für euch da draußen. Ich fand es cool. Auf jeden Fall, war eine tolle Runde und eine coole Fragestellung. Fand ich auch und geile Antworten. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Ja, dann euch noch viel Spaß und guckt ihr. Haut rein. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.